Herr Woltke, der Bundesverteidigungsminister hat eine Erhöhung des Etats gefordert. Weit über zwei Prozent, anders wäre es nicht mehr möglich, sich tatsächlich materiell zu verteidigen. Die Wehrbereitschaft soll aber gleichzeitig, und das ist auch nur Ergebnis dieses NATO-Treffens, soll auch erhöht werden. Ich meine, für Deutschland fehlen einfach genügend Soldatinnen und Soldaten. Wie stehen Sie zur aktuellen Diskussion, die Wiedereinführung der Wehrpflicht? Es ist ja nicht die Wiedereinführung, es wäre die Abschaffung der Aussetzung oder das Auseinandersetzen der Aussetzung der Wehrpflicht. Dazu kann ich mich jetzt zurzeit nicht äußern. Der wesentliche Punkt ist eigentlich, dass wir es wirklich schaffen müssen, neben den Ressourcen Geld und Mittel auch die Personalressourcen neu zu bewerten. Wo brauchen wir die Soldaten bis zu 2032? Das ist ja die Reichweite der Planung der Bundeswehr. Aber wo brauchen wir welches Personal? Und wie bekommen wir dieses Personal? Ich weiß natürlich auch, dass für den Bereich territorialer Verteidigung hier erhebliche Personalforderungen sind. Wie das dann zu schaffen ist, das ist eine weitgehend hochpolitische Diskussion, die so schnell nicht zu führen und bestimmt auch nicht zu entscheiden ist. Aber hier müssen alle Möglichkeiten ausgelotet werden. Wir brauchen eine Personalstrategie bis 2032 für das, was in dem Zielbild der Bundeswehr drinsteht. Es ist ein weites Feld. Vielen Dank, Herr Wolski, für Ihre Einschätzungen und Analysen heute bei uns. Danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht es hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.